Musik Lieber Skorpion, zwischen ersten und zweiten des Monats hast du einen Vollmond in Fische. Du beginnst den Monat mit einem romantischen Mond. Es ist auch ein Mond der Inspiration und damit wirst du deine Weltanschauung erweitern können. Deine kreative Entfaltung oder die Durchführung eines persönlichen Vorhabens verlangt mehr Klarheit und Mut von dir. Nur wenn du dich von jeglichen Schuldgefühlen und inneren Unsicherheiten befreit hast, dann wirst du zu dem gelangen, was dich wirklich interessiert. Zwischen zweiten und vierten haben wir einen Aspekt zwischen Venus und Saturn. Wenn du eine Beziehung führst, dann ist es eine Zeit des Rückzugs erforderlich. Im Allgemeinen wird es lange dauern, bis man mit einer Person ins Klare kommt. Es ist wichtig, dass man ehrlich in einer Beziehung ist. Am fünften tritt Merkur in das Sternzeichenwage ein. Bis zum 26. September wirst du den Wunsch haben, Abstand vom täglichen Stress zu gewinnen, so dass du deine mentale Kräfte verbessern kannst. Viele Skorpionen werden sich auf ein Thema fokussieren und daraus viele Schlüsse ziehen. Zwischen fünften und neunten machen Sonne und Jupiter einen Trigon. Ein Verfahren, das sich verzögert hat, dürfte sich bald beschleunigen oder dieses wird bald beendet sein. Dies betrifft insbesondere legale, rechtliche, berufliche oder behördliche Angelegenheiten. Dann hast du am 10. des Monats Mars rückläufig in Wider. Bis Ende des Jahres musst du eine Sache korrigieren oder verbessern, damit du das bekommst, was dir zusteht. Wenn du eine chronische Erkrankung hast, dann dürftest du bis Anfang Januar 2021 keine deutliche Verbesserung erleben, abgesehen davon, wenn man chirurgisch vorgeht. Zwischen elften und zwölften des Monats haben wir eine Opposition zwischen Neptun und Sonne. Vergewissere dich bitte, dass du das Richtige tust und sagst, sonst könntest du einen peinlichen Fehler an diesen Tagen begehen. Am 13. läuft Jupiter, der Planet der Möglichkeiten, direkt in Steinbock. Jupiter war seit Mai dieses Jahres in diesem Zeichen rückläufig. Das heißt, wenn man Papierkram zu regeln hat oder eine ungünstige berufliche Situation unerträglich ist, dann wird man bald eine Verbesserung und oder Beschleunigung erfahren. Das ist sehr gut für dich. Zwischen zwölften und fünfteten des Monats haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Uranus und Venus. In den Bereichen der Liebe und der Finanzen tauchen neue Situationen auf, die dich dazu bringen, eigenständiger zu handeln und verantwortlich für deine Erfolge und Misserfolge zu werden. Zwischen sechstenten und siebzehnten des Monats haben wir einen neuen Mond in Jungfrau. In deinem privaten Leben solltest du dich zu nichts verpflichtend fühlen und dich nur freiwillig für eine Sache engagieren. Zwischen achtzehnten und dreiundzwanzigten haben wir Merkur-Quadrat Pluto. Eine Enttäuschung kann viele negative Gefühle auslösen, Stress, Frustration, Wut etc. Es ist an diesen Tagen wichtig, verständnisvoll und offen in der zwischenmenschlichen Kommunikation zu sein. Zwischen vierundzwanzigten und sechstundzwanzigten haben wir Merkur-Opposition Mars. Das Unfallrisiko steigt bei den meisten Skorpionen deutlich an. Zwischen siebenundzwanzigten und neunundzwanzigten haben wir Venus-Trigon Mars. Missverständnisse können ausgeräumt werden, wenn man bereit ist, ein Kompromiss einzugehen oder zu akzeptieren. Und dann zum Schluss, mein lieber Skorpion, hast du Mars-Quadrat Saturn. Eine Reise oder neue berufliche Initiative stehen unter einem schlechten Stern am Monatsende. Deswegen solltest du in der Zeit ein bisschen vorsichtig mit jeglichen Veränderungen, wichtige Veränderungen sein. Mit diesen Aussagen bin ich fertig, mein lieber Skorpion. Wenn du anstatt einer allgemeinen Aussagen eine individuelle Prognose brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück für September 2020. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.